So, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Heute habe ich mal was Neues entdeckt und zwar gibt es hier nämlich hier oben, also ihr seht es ja, schau dich in deinem Winterfreuden-Shop um. Da habe ich jetzt drei so Dinger schon mal aufgemacht, das sind wie so Geschenke-Packs, das heißt hier habe ich jetzt zum Beispiel sozusagen als Gutschein, dass ich Katharina mit einem geilen Skin für 1050 Ride-Points kaufen kann. Oder hier zum Beispiel Ash für 741 und hier Timo für 675 ein Skin. Ja, hier gibt es jetzt aber noch drei weitere Packs, die wollte ich jetzt einfach mal schnell aufmachen. Gerade mal gucken, was da so rauskommt. Oh, das ist ein neues Graves für 652. Ja gut, aber ihr seht ja, ich habe eh nicht genug Ride-Points, von daher mal schauen, vielleicht kommt da noch was Billigeres. Oh, Fizz für 669, ist auch ganz nice. So, jetzt aber, letztes, komm schon. Oh, hab noch gar nicht draufgeklickt, lol. Oh, hä? Xinsau, what? 1500 Euro, genau. Ja gut, das Skin ist aber schon relativ teuer. Ja, aber ich würde trotzdem mal sagen, wir zocken wieder eine normale Runde. Und ja, ich probiere wieder Timo zu spielen, damit wir das Game Carrying schnell gewinnen, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine und wir sehen uns dann gleich. So, da bin ich Leute und ja, wir legen jetzt einfach mal los, ich hole mir ein paar Start-Items. Ich kann jetzt leider noch keinen Smite nehmen, weil ich ja noch nicht Level 10 bin. Denn erst wenn man Level 10 ist, kann man also Schwörer-Ding da 10. Hallo, ich bin hier. Äh, ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall Teleport anstatt Smiten mitgenommen. Und ich sage hier schon mal, ich brauche Hilfe. Und ich würde sagen, ich skille als erstes mal meine E, damit ich erstmal ein bisschen Schaden habe. Ja. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Lass dich nicht von Stolz. Ja, der fragt jetzt auf jeden Fall schon nach Smite. Ja. Geht halt nicht. Aber ich denke, das wird auch so klappen. So, you need a hard pull. Was? Ja, okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was er meint, aber ja, egal. So, da gehen wir jetzt mal schön drauf. Okay, ich glaube, ich drück mir schon mal einen Heiltrank rein. Oh, shit, alter. What the fuck? Ich hätte nie gedacht. W-äh, wieso bin ich nicht Level 2? Oh Gott, die haben XP abgesahnt. Lol. Ja, okay, aber weil ich keinen Smite habe, geht es jetzt halt noch nicht ganz so gut, wie ich erhofft habe. Ja, egal. So, auf jeden Fall hole ich mir dann bald das da. Komm, ich hole mir zwei Healpots. Ah, das ist jetzt halt echt scheiße, dass ich nur net Level 10 bin, aber gut. Ich probiere es einfach. Ich probiere das Game auf jeden Fall besser zu machen als letztes Mal. Also, da, wo ich mit Morgana gezockt habe, nie wieder. Alter, nie wieder, ganz ehrlich. Ja, aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. So, ich hätte jetzt gern... Okay, komm, ich knall mir jetzt schon mal einen Heiltrank rein. Und ich merke gerade, dass die irgendwie viel zu stark sind für mich. Und ich habe keinen Smite und ja, scheiß Dreck, Alter. Fuck. Nein. Oh, ich verkackt Jungle. Alter, was so hat... Alter, nein. Oh, nee. Fuck. Scheiße. Oh. Ich muss jetzt dringend Level 2 werden. Damit ich mir meine Kuh holen kann. Oh, shit. Okay, komm, ich hole mir die Krabbe fertig. Bei der Krabbe müsste ich dann Level 2 werden. Also, hier unten irgendwo das Viech. Ja, Timo. What the heck? Lol. Was macht denn der da? Oh, komm, nee. Ey. Das ist ja Ultrascheiße. Der wollte Counter-Jungle. What the fuck. Okay, da war auf jeden Fall irgendwo der Schacko. Fag ich da ein Wort hin. Oh. Achtung, Els. Achtung, Achtung, Achtung. On my way. Ja, komm. Die kriegen wir. Die kriegen wir. Die Dreckswo... Ja, nee. Kriegen wir nicht. Schade. Oh, nee. Ja, genau. Jetzt rennt sie weg. Fuck. Oh, shit, Alter. Ich hätte die bekommen müssen. Das Problem war jetzt halt echt, dass die zu zweit waren. So, egal. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall mal die Krabbe. Was? Als ob? Ey. Was ist denn das? Ja, ich weiß es. Danke. Ja. What the fuck? Was macht der für Schaden? Alter. Nee, ey. Das geht gar nicht. Ähm. Ash, Achtung. Ash, Achtung. Fuck. Bams. Wieso habe ich jetzt meine Kuh nochmal geskillt? Das war so dumm. Ja, schon klar. Na, nee. Krieg ich nicht mehr. Doch! Lol, wie dumm. Oh, lol. Oh, lol. Master Yi ist halt schon megastark, wenn man ihn richtig spielt. So, bin am Weg. Jo. Safe. Bissin Leben holen. Oh, äh. Timo. Achtung. Timo. Was macht Timo? Ich habe kein Mana. Shit. Ey, ne. Fuck, fuck, fuck. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich komme noch weg, what the fuck. Hilfe. Scheiße. Nein. Scheiße. Okay. Oh, shit, alter. Äh, Achtung. Bleib mal ein bisschen hinten. Okay, jetzt hole ich mir auf jeden Fall das und, shit, jetzt kann ich mir keine Schuhe holen. Egal. Heelport fertig. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen in den Jungle. Oh, aber, bisher schon sauglück gehabt. 3-1, ja. Das ist einmal, wo ich, du, ich, das komische Ding da gestorben bin, da oben. Lol. So, ich komme mir jetzt ganken. Warte noch, warte noch. Noch nichts machen. So, ich bin am Weg. Und, rein, komm. Nein. Als ob. Na, shit. Meine, weh. Sau dumm verkackt. Da habe ich mich verklickt. Okay, komm. Ich gönne mir jetzt noch schnellen Heelport. Fokus. Bams. Nice. Ähm, back, back, back. Morgana. Jo, danke. Okay, ich glaube, das Game könnte was werden. Lol. Nein. Ah, shit. Nein. Lol. Fuck. Egal. So, jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar. Schuhe. Oh, fuck, alter. Ja, egal. Das Game wird trotzdem mir irgendwas, hoffe ich. Gut. Hm, 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 hm. Jetzt hole mir ja erstmal... Ne, komm, ich hole mir erstmal einen Blue Buff. Jetzt gehe ich mal wirklich da hin. Hier. So. Ich glaube, Botlane brauche ich nie ganken. Der packt es auch so locker easy. Warum kommt LeBlanc jetzt schon wieder runter? Ja, du scheiß Funzel. Vergiss es. Back. Achtung. Oh. 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 Ich verziehe mich. Aber sowas von. Scheiße. Nein. LeBlanc verpisst dich einfach. Nein. Geh back. Äh. Morgana. Zurück. Zurück. Halt dich zurück. Nice. Ja, genau, alter. Und rein, rein, rein. Nice. Lol. Was macht ein Jinx? Lol. Okay. Q-Skillen. Good job. Okay. Kommunikation. Und Bums. Fertig. Äh, ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall Mana-Regeneration. Das bekommen wir ja immer durch den Blue Buff. Dann. Oh, Achtung. Timo, aufpassen. Timo, nein. Ja, gut. Was will ich mal machen? Dann holen wir jetzt Red Buff. Aber ihr merkt echt, dass ich kein guter Jungler bin. Hey, wo hat der... Oh, Schako, alter. Ich glaub's nicht. Ja, genau, der farmt die ganze Zeit bei mir. Gut, dann hol mir halt die Vögel. Auch egal. Bei Ash sieht's auch ganz gut aus. Und easy. So. Die Vögel habe ich hier schon alle gemacht, glaub ich. Ja, dann hol mir jetzt das hier. Genau. So, gib mir das. Gib mir Amina Köln. So. Ja, locker easy. Oh, nice. Ich hab Ulti. Das heißt, kurz Leben regenerieren. Blue Buff ist natürlich noch nett. Äh, ja, okay. Gut, dann geh ich jetzt mal hierhin. What? Komm, gib mir das. Nein. Damn, alter. Scheiße. Ja, okay, sorry, es war dumm. Geh mich zu. Als nächstes Dolch. Okay. Okay, das war jetzt echt sau dumm von mir einfach. Gut, dann geh ich jetzt mal zum Red Buff. Der müsste ja jetzt in der Zwischenzeit irgendwo mal spawnen. Hoffe ich doch. Ansonsten wäre es scheiße. Warte, ich hole mir erst mal das Ding hier oben. Also da die komische Steindinger. Bums, 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 Bums. Komm, ich muss nochmal mit meiner Crew da rein. Jawohl. Der Red Buff müsste doch jetzt eigentlich schon längst wieder sein. Hä? Wieso spawnt der nicht? Shaco ist einfach so ein mieses Vieh. Okay, komm. Das Vieh hole ich mir auch noch. Okay, komm, so. Fertig. Äh, cool, wie immer. Dann bräuchte ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen Leben. LOL. LOL. Haha. Jo. Warum nicht? Kann man ja mal probieren. Ähm, Jinx da unten. Aufpassen. Okay, ich renne jetzt gleich mit meiner Ulti rein. Okay, go. Shoot, ich hab kein Mana. What the fuck, wie dumm. Nein. LOL. Nein. Ah, close, close. Fuck. Oh, shit. Komm, Jinx kommt. Oh. What the fuck geht hier ab? Ich mein, ich weiß ja, dass ich ein Noob bin. Aber, ne. Da hab ich Master hier jetzt echt ein bisschen unerschätzt. Muss ich zugeben. Scheiße, ne. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Was macht denn das eigentlich? 100 magischer Schaden. Und verringern das Lauf. Ja, okay. Den gönn ich mir. Den brauch ich jetzt auch. Äh, was ist los? Wieso soll ich vorsichtig sein? Team hoch, renn mal. Nice. Du das überlebst. Locker, easy, komm. Loll. Da. Jawohl. Lell. So ein Dreckskopf. Oh, da oben, da oben, da oben. Ja, du bist fällig. Ganz ehrlich. BAM. BAM. So. Schako oder Chako oder was auch immer, du. Oh, oh. Alter. Ähm, ja. Ich muss ganz kurz fielen. Auch wenn das jetzt wenig Sinn macht, aber ja. Ich soll so. BAM. Okay, nice. Kuh ist voll. Jetzt brauch ich ein neues Item. Ja, genau. Das kann mir zahlen. Perfekt. Äh, als nächstes hole ich dann am besten. Ähm. Ja, das da. Was halt immer das ist. What the fuck. Scheiße, Chinks wird so sterb. What the hell. Lell. Oh. Lol. Timo. Okay, Timo packt's eh wieder locker. Lol. Wo zum fixen die hin? Komm. Ich krieg dich. Amina. Ja. So. Du hast mich schon oft genug gestresst, Alter. Man, wie ich twisted fällt, hasse. So. Pushen lassen, komm. Nein, warte noch. Lol. So'n Schacko. Okay, wenn Timo kommt. Oh shit. Nein. 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 Jawoll. Nice, Alter. Timo. Fuck. Ja. Ja, doch, ist ein guter Trade. Lol. Lol. Ja. Genau. Ja, ne, ist auf jeden Fall ganz nice. Muss man einfach so sagen. Hahaha. Hahaha. Ja, ist so. Äh, der eine der Dark Flasht ist, wer auch immer das war. Hahaha. Das war so nice. So, komm mir entgegen, Jinx. Komm. Oder, hä? Was macht denn die anderen Jinx? Hä? Lel. Lelelelelel. Jo, genau. Das ist die. Ja. Nice. Ja, okay, egal. Hier gehen wir halt kurz Mitte. Timo. Bitte nicht in den Tower rennen. Lel. What the fuck macht ein Timo? Nee, wir können nicht pushen. Egal. Ich komme jetzt auf jeden Fall da runter. Und? Ulti. Loll. Loll. Äh. Läuft. Okay, wir brauchen nicht. Dann kommt jetzt erstmal Blue Buff wieder. Denn ich habe wieder kaum Mana. Ja, nee, die Runde läuft irgendwie erstaunlich. Wirklich mal ziemlich gut. Muss ich einfach sagen. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt beste Spieler bin. Mit Master He schon gar nicht. Timo, what the fuck? Komm. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Fuck. Ich hasse die scheiß Drecksköpfe. 6-6, ja. Toll. Am Arsch. Ich muss echt langsam mal richtig Master He spielen. Fuck. Aber Jinx scheint echt noch richtig an Noobie zu sein. Ja gut, bin ich ja auch mit Master He. Ich will ja gar nichts sagen, aber. Jo. Ähm. Achtung. Ja, okay. Die haben es auf jeden Fall gecheckt. Jetzt schaue ich gerade. Hallo? Hallo. Ist der Gründer. So. Ward ist weg. Perfekt. Lol. Really? Yo. What the fuck? Krabbe. Komm her. What? Achso. Ich habe gerade gedacht, Timo wurde getötet. Und ich brauche wieder langsam Blue-Buff. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder. Bord. What the hell? Shaco. Jo. Genau. He. He. Nee. Ach komm. Ey. Nee. 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 Jawohl. Komm. Shaco. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Schaco, du bist so. Ja. Nice. Timo, bitte. Bleib hinten. Jo, Timo, what the fuck. Wie nice. Timo. Timo. Timo ist einfach der Hammer, ey. Okay, go. Nee, wobei, ich bleib hinten. Nee, ich gehe ganz zurück, komm. Rebar Timo, because Blank Timo. Er ist halt echt so, Timo ist okay. Aber er macht halt richtig Bock, den zu zocken. Dann gönne ich mir jetzt nochmal sowas. Und. Oh, ich. Ja, doch, ich glaube. Ich habe mal Bock, ein bisschen zu pushen. Ja, aber das Game, muss ich ganz ehrlich sagen, macht irgendwie Bock. Auch wenn ich jetzt mit Master Yi nicht wirklich gescheit zocken kann. Weil ich dafür zu empfähig bin. So, LeBlanc. Moin. Nee, komm, ich hole mir erst einen Blue. Nice. Ja, moin. Ja, genau, Alter. Nee, ey, ich muss weg. Was ist das? Ach, ja, genau. Ja, lieber, oh, lol. Oh, schade. Fast bekommen. Nein, fuck. Lol. Nein. Ey, alter. Wow. Ich muss jetzt echt aufpassen. Lol, da ist Schako. Da ist Schako. Da ist Schako. Da ist Schako. Den kriegen wir dieses Mal. Lol. Lol. Ey. Alter, Schako ist so behindert. Äh, ist das? Die Gegnerische Tricks. Fuck, fuck, fuck. Oh, 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 oh. Lol. Fuck, nein. Ja, ich sehe schon den Kontaure. Du Noob, alter. Nee. Das war jetzt echt scheiße. 7, 7, 10, ja immerhin. Ganz ehrlich. Mit Master hier habe ich eigentlich erwartet, dass ich da ein bisschen schlechter abschneide. Aber so bin ich ehrlich gesagt ziemlich zufrieden. What the fuck und ich sehe auch gerade, dass das Game schon fast eine halbe Stunde geht. Das heißt, Upload wird wieder schön lang dauern. Ash geht top, perfekt. Und ich gebe bot. Und zwischendurch holen wir noch Blue Buff. Und dann müsste eigentlich die Sachen laufen. Hoffe ich doch. Blue, hallo. Ach so, stimmt. Ich habe noch Teleport ganz vergessen. Loll. Loll. Bis heute meine Q-net greift. Easy. Bums, bums. Meine eh wieder Skillen. Ja, okay, ne. Loll. Jo, what the fuck. Wann ist denn eigentlich wieder Drake? Achtung, da kommt so ein Ding. Okay. Und hinterpillen. Hä? Hat Jinks jetzt alle downgekrikt? Loll. Als ob. Okay, Schaden. Ohne Ende. Okay, weiter geht's. Ja, locker. Easy. Ähm, top Tower. Wie wär's damit? Loll. Ah, okay, gut. Dann gönne ich mir hier jetzt einen Blue Buff. Loll. Da ist Ganta. Ach Gott, bin ich ein Noob. Ja, willst du die Krabbe Ash oder wie oder was? Ja, okay. Gut, wie du willst. Ash, geh du mal durch den Jungle. Oder nee, komm, wir gehen beide. So, Bombs. Lell. Jo, what the hell. Ähm, Ash, na. Oh, Alter. So, Red Buff können ich mir auch noch kommen. Ich kann mir jetzt einfach alles. Fertig. Ah, und Drake mach ich jetzt. Oder? Oh, LeBlanc. Da will ich ehrlich sagen, ein kleines bisschen Schiss. Ich hab halt echt keinen Plan, was die macht. Der größte Gegend. Jo. Lol. Nein. Die haben den tatsächlich noch bekommen. Solche Drecksdecke. Lol. Oh Gott. Ja gut, die haben halt Zmeid dabei. Ich nicht. Das ist die Scheiße. Das ist die Ultrascheiße. Okay. Vergiss es. Diesmal konnte ich ausweichen. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh nice. Super, was soll denn? Stimmt ja. Okay. Kurz hinten. Loll. What the fuck? Bam, it's easy. Loll. Sein Ernst? Ne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Alter. Fuck, da kommt jemand rein. Timo Besterjacket. Loll. Komm. Am Arschwein. Komm. Leblanc. Du willst sowas und... Die stirbt nicht. Hahaha. Hahaha. Die ist durch den Supervassalen gestorben. Loll. Hahaha. Loll. Loll. Hahaha. Loll. Hahaha. Alter, wie geil. Okay. ja gut das game dürfte jetzt schon fast vorbei soll teleport habe aber immer noch nicht das ist ziemlich schade naja komm barren nicht oder komm ich lauf runter oh gott alter dieses game hat echt sogar getroffen schade hätte sein können und nein fuck fuck alter fuck diese scheiße und back also nicht weg sondern ja gut nein 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 fuck und ich krieg die jetzt nicht mehr oder doch alter wieso scheiß minions ok kurz hier ok lol in hilfe stone also ab ja ihr wisst genau was ich meine ich weiß es ihr wisst es was kommt bitte von spums lavat und easy johannes wieso kann ich da nichts machen hallo tschüss ja easy 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 what the hell alter okay kommt wie sie wollte noch mal raus und fertig also ich schon sind ehrlich sagen ziemlich neues game und ja wenn es euch gefallen hat dass ich wieder machte gezockt hat und kein noob team ja dann würde ich mich über echt über eine bewertung freuen und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns bei der nächsten folge und ja haut rein